...zusammenarbeiten und auch viele Kollegen nur von Stimme erkennen und auch von Zusammenarbeit kennen, aber nicht vom Gesicht. Und dann sind wir hier. Wir sind für das dritte Mal hier in Kassel und jetzt sind die Kollegen, Sie haben gerade gesehen, bei uns in der Tente sind Kollegen aus England, Kollegen aus Deutschland und diese Kollegen, es ist gut, wenn man das ganze Jahr damit zusammenarbeitet und viele Jahre damit zusammenarbeitet, einmal mal zu sehen, mal einen Kaffee zu trinken, eine Masse zu trinken.